herzlich willkommen zu einem neuen let's play mit tom clancy's the division wir machen jetzt drüber sand unsicher ich weiß nicht ob man es richtig ausspricht hier ist auf jeden fall noch alles wir haben uns gefragt in der letzten folge hey was los wo sind denn halt die restlichen objektiv und dann gibt es hier unten rechts auf der karte ein zippel den wir noch gar nicht haben ich sage nur dass wir verantwortung übernehmen und erkennen müssen dass wir hier eine ganze klasse von bürgern vernachlässigen wir verweigern us-bürgern vorsätzlich ärztliche hilfe die anstalt ist überbelegt und die insassen sind krank und sterben so wie wir hier draußen ich glaube sie setzen leider völlig falsche prioritäten hier wollen sie deuten damit an dass es wichtiger für uns ist unsere wenigen ressourcen nicht unseren krankenhäusern hier in der stadt zukommen zu lassen sondern stattdessen mördern und vergewaltigern wollten sie uns das damit sagen das ist eine massive vereinfachung der aktuellen problematik john sie bringen die diskussion nicht voran und sie haben nur unsere interessen im kopf wenn es nach mir ginge würden wir das personal zu ihren familien schicken und die insassen sich selbst überlassen bis alles vorbei ist ich kann nicht glauben dass sie das gesagt haben liege ich so falsch würden das nicht die meisten sagen wenn es zu einer abstimmung käme sollten wir ein paar unserer zuhörer holen lassen was meinen sie lassen sie mich doch nicht einfach zurück was uns das disease control department schließlich mitteilte war erschreckend der erger noch sprach niemand von pokken war auf zwei partikel pro millionen ansteckend über direkten kontakt und übertragung über die luft der gouverneur rief schließlich den notstand aus und die stadt wurde abgeregelt da wurde uns klein welcher hölle wir uns befanden die nationalgarde marschierte ein aber was sollte die schon ausrichten das waren keine ernste irgendwie ist der total verpackt den treffe ich am schlechtesten von allen wenn er da seine moves macht die Ich bin hier nicht mehr. Ich gebe dir echt mehr. Geben die echt mehr EP als die LMBs? Will ich mir das jetzt gerade ein oder was? Erfasse ein Echo in der Nähe. Warte, dann erfass mal. Das war's dann also? Wir werden hier sterben? Nicht, wenn ich es verhindere. Ist Isabelle Graham nicht auch eine Agent? Okay. Da war der Aaron Kinner noch ein ganz netter erscheinbar. Klar, die Einsatzzentrale hat die natürlich im Stich gelassen. Der muss im zweiten Teil auf jeden Fall auch auftauchen. Er ist so mittendrin. Ich weiß nicht, er ist halt ein... Irgendwo ist er ja sympathisch, aber es sind halt Methoden. Dann kommen wir jetzt am dümmsten dorthin. Der erste Mist war auch nicht richtig. Vielleicht fahren wir doch gar nicht so verkehrt. Was? Was drauf und hier unten liegt auch schon was gelbes? Leute, macht's doch nicht so schwer. So ein bescheuertes Handy zu finden Ich habe deine Nachricht erhalten. Danke. Ich bin froh. Es ging wohl schnell. Ich hätte sie gerne nochmal gesehen bevor... Dan. Heute habe ich diese Typen auf der Straße gesehen. Bei einem alten Mann. Sie wollten seinen Koffer. Sie wussten nicht, was drin ist, aber sie wollten ihn trotzdem. Und er wollte ihn nicht hergeben. Dann haben sie ihn geschlagen und getreten. Immer weiter. Bis er auf der Straße geht. Wer ohnmächtig wurde. Danny. Ich war einer von ihnen. Verlass die Stadt. Pack die Jungs in den Wagen. Fahrt zum See und nimm Papas Schrotflinte mit. Ihr könnt ihr ein paar Monate durchhalten. Du bist Danny. Du bist zu spät. Okay. Da wurde er scheinbar zum Plünderer. Also seine Geschichte kennen wir. Ich weiß nicht mehr wie seine Freundin hieß. Vanessa. Und da war alles schön und so. Und er hat sich wirklich verliebt. Dann ist sie an der grünen Krippe gestorben. Und... Dann ist sein Bruder. Die haben dann halt noch regelmäßig Kontakt. Und der hat dann ihm halt die Geschichte erzählt. Und... Ah, das ist schon alles ganz schön... Ganz schön... ...dramatisch hier. Diese ganzen Geschichten. Und wir haben das jetzt hier in diesem Let's Plays halt wirklich wunderbar mitbekommen. Die haben halt die Atmosphäre hier ganz gut eingefangen. Weniger mit Videos. Eher so mit so Messages. Das ist ja auch mal... ...sache. Überlebensratgeber. Fehlt noch einer. Er so. Oh. Was ist? Das geht bestimmt hier weiter gleich mit ihm. In einem Flur, oder in einer Gasse, in einem Karton, wie ein Penner. Es ist arschkalt in... Hä? Ich will das nicht, dass es abbricht. Außerdem wollte ich hier durch. Ey. Okay, Ubisoft lässt mich mal wieder hier rumlaufen. Aber ist okay, ist okay. Es hetzt ja hier nichts. Danke. Ist doch gleich viel sicherer hier geworden, seitdem ich hier das Spiel begonnen habe. Hier ist Joe. Keine Ahnung, ob das bei dir ankommt. Du, sag Mama, dass ich sie lieb habe. Sag ihr, ich bin bald zu Hause. Schmück es nach Belieben aus. Aber tu mir einen Gefallen und sorg dafür, dass sie es glaubt, okay? Sie soll nicht da liegen und denken... Ich hab Hunger, Dan. Und wie? Ich würde eine rohe Taube essen, wenn ich eine fangen könnte. Die Sarah Leute haben Notrationen verteilt. Aber sie hatten nicht genug und die Leute sind durchgedreht. Also ich nicht, aber... Ich könnte sie nicht verdenken. Das nagt an einem, als würde sich das Gehirn selbst verdauen. Das war gelogen. Ich hab geklaut. Aber ich hab was zu essen. Du brauchst nicht zurückzurufen. Ui. Ah, das letzte. Einseitig, Eggos. Verstorben. Infiziert nach 6 Tagen. Ne, infiziert nach 6 Tagen. Verstorben. Findet sich in... Oh, Shane und Nina. Waren das die mit dem Hamster? Genug von dem Scheiße! Oh Mann! Heiliger Mann! Wir haben hier genug Zeit verschwendet! Ahhhh! 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 Während dieser Bräser... gegen sie möchte ich nicht kämpfen! Kann ich verstehen. Das fand schon... weißt du... weißt du... weißt du was zu saufen? Hmmmm Boah, was ist das hier? Da lebt noch einer Alter, Alter, Alter Da ist der Rucksack aber schon knallvoll Wie war die Minen, ne? Ach Gott, ich muss noch irgendwie einen hoch, glaube ich Ist ja direkt neben dem Safe House Wo ist denn der blöde Handy? Wie? Ernsthaft jetzt? Hä? Warst du mich jetzt? Wie ist denn der Fenster? Nehmen Sie das auf? Nein, nein, alles gut Wenn wir fertig sind, lassen Sie mich gehen, oder? Das war der Deal Wie dem auch sei Mein Name ist Sharona Diaz Und ich bin Ich war Oberärztin im Bellevue Wie dem Krankenhaus Ich habe dort 16 Jahre gearbeitet Und viele schlimme Dinge gesehen Ich bin Aber Und schickten Sie heim Wie immer Ich meine Was hätten wir sonst noch tun sollen Ich bin Es ist lange her, mein Freund Seit ich dir von meinen Abenteuern entfällt habe Oder eher von meiner Pflicht der Stadt gegenüber Also ich bin Von vielen dieser entflohenden Sträflinge angegriffen worden Doch ich habe mich gewehrt Die waren in der Überzahl Aber ich, ich, äh Ich bin durch Fenster entkommen Danach war ich nicht mehr da Es ist zu gefährlich Meine Aufzeichnungen, meine Apparate Alle meine Werkzeuge der Gerechtigkeit müssen zurückbleiben Aber ich finde ein neues Versteck und Ich werde meine Rache planen Und wenn die Zeit gekommen ist Zeige ich Ihnen wieder die Macht der Gerechtigkeit Wir kennen Sie Unter den Uniformen sind Sie alle gleich Polizei, Bewährungshelfer, Rechter, Gefängniswärter, verdammte Jugendschutzbeamte Tolle Regierungsagenten mit tollen Uhren und polierten Waffen Die herumstolzieren, als wären sie beschissene Götter oder sowas Sie wollen uns hier verhungern und sterben lassen Unser Leben ist Ihnen kein Fuß wert Ist es nie gewesen Und wird es nie sein Wir sind nur Müll und im Weg Und wenn's nach dem ginge, könnten wir gleich abkratzen Aber den Gefallen tun wir Ihnen nicht Wir werden Sie in Stücke reißen Diese Parasiten in Ihren sauberen JTF Uniformen Ihr kennt sie Ihr habt euer Leben lang mit ihnen zu tun gehabt Von innen sehen Sie alle gleich aus Überzeugen wir uns davon Oh Ja, so sehen sie von innen aus Hässlich Also lasst sie leiden Lasst sie betteln Lasst sie tun, worauf ihr gerade Lust habt Nur sorgt dafür, dass ihr keinen von ihnen am Leben lasst Die sind so krank hier, Alter Oh, das ist das letzte hier Ich bin so wutend Sie sind weg Sie sind weg? Seit Wochen mache ich, was sie sagen Ich kam zum Konsulat Ich habe nicht kontaktiert diese Idee Habe mich versteckt Als draußen war Epidemie Obwohl ich vielleicht besser weiß als jeder andere Was ist los? Ich habe mich so gut versteckt Dass sie mich vergessen haben bei Evakuierung Sie sind Dafür gibt es wunderbare Redewendung Bei Nacht und Nebel verschwunden Mir fehlen die Worte Ich bin jetzt hier schutzlos in einer Stadt In der herrscht das Recht des Stärkeren Das hat nur ein gutes Jetzt kann mir keiner mehr verbieten Zu sprechen mit DCD Oder zu suchen Dr. Amherst Jetzt bin ich frei Ich hoffe, es ist nicht zu spät So meine Freunde Das war es auch schon Wir sind weit weg Was ist also Dussi Belobigung Einsatzdaten Warum fehlt dir noch ein Überlebensratgeber? Telefonaufzeichnung finde ich auch noch 38 30 Warum ist das so? Eine Drohne fehlt ja auch noch Eine Drohne fehlt ja auch noch Das sind übrigens die Drohnenbilder hood mit Dungen mit mit betonen mit Hey, Agent. Ich habe kaum erwacht, die Beine hochzulegen und... Oh, Scheiße. Was ist denn? Irgendwo was vergessen. Man, ich kann kaum erwarten, die Beine hochzulegen und... Also in der Dark Zone kann es nicht sein. Wir machen an dieser Stelle erstmal auf jeden Fall Feierabend. Ich bedanke mich, dass ihr mich begleitet habt hier durch dieses Spiel. Mit Division 2 wird es weitergehen. Es wird bestimmt auch nochmal ein Livestream geben bei CookieGabble oder mir. Von Division Underground Mission oder halt hier diese gelben Dingens hier. Aber dafür brauchen wir noch ein stärkeres Team hier. Wenn wir die Dinger wiederherstellen wollen, müssen wir eine Verbindung zu... Was war das? Alle runter, sofort! Nicht! Bitte! Tja. Was ist das? Was? Das gibt's doch nicht. Da! Da! Wieso habe ich das denn nicht gesehen? Nein! Okay... Warum... Ist das Ding nicht da, wenn man auf alle geht? Mann! So! Also... Also... Wir verschieben das mal ein bisschen. Weil wir schieben das auf jeden Fall noch hier nochmal mit ran. Ähm... Trotzdem können wir noch ein bisschen quatschen. Also Fakt ist auf jeden Fall... Es wird mit Division 2 im März 2019 auf jeden Fall auch nochmal weitergehen. Zwischenzeitlich gibt es auch noch ein paar Livestreams. Man hat ja auch ein paar lustige Sachen, die man... Schildbelohnung. Wenn man auf Dossier geht, dann sieht man hier Division-Schilder. Und... Ja, das habe ich jetzt hier mit dem anderen Charakter mal gemacht. Hier hätte... Operationsbasis befreien... Ja, haben wir ja alle. Äh... Alle wöchentlichen, hochrangigen Ziele der Woche. Das habe ich auch im Multiplayer gemacht. Und dann hier zehn namentlich bekannte Bosse in Manhattan. Manhattan, Dark Zone, Westside Pierce. Ähm... Auch mit dem Multiplayer gemacht. Hier hängen wir noch ein bisschen mit dran. Auf dem anderen Charakter. Sechs Jäger. Abgeschossen. Fehlen also noch vier. Ja, auch vier. Sechs fehlen noch. Aber hier... Ist alles schon voll soweit. Ähm... Ja, das ist halt noch 25 Wahrzeichen in der Dark Zone halt. Das ist natürlich auch noch so ein Ding. Nicht so einfach, denke ich. Aber dann gibt es halt hier diese Belohnung halt für... Division 2. Ne? Je nachdem wieviel man hat, kriegt man halt irgendwie nur... Aber es ist alles nur was, was keiner braucht eigentlich. Also... Es ist aber ein Ziel, was man haben kann. Um dieses Spiel hier noch zu bestreiten. Äh, bestreiten. Bestreiten. So. Ähm... Okay, müssen wir nochmal gucken. Aufklärungsdaten. Drohne. Das ist echt Ding, dass es hier wirklich noch geheime Teile gibt. Die man nur dann mit diesem Klicken... Also geheim ist es ja nicht, wenn man da raufklickt. Aber was ist das denn? Was ist das da hinten wieder? Lmb-Fuzzis? Gibt eben. Alter. Oh, hier unten sind unsere ganzen Boxen, die wir jetzt haben. Durch das ganze einsammeln. Da sind überall dann halt entweder Set-Teile drin oder High-End-Waffen oder Ausrüstungsteile. Alles, was man auch wiederum nicht braucht. Aua ey. Jetzt nicht großartig rumballern. Durchziehen. Bruder! Du fahrst auf den Boden! Bruder! Das ist doch hier wieder diese scheiß Kletterpartie, oder? Ich hier irgendwie hoch? In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Alter, ich war schon mal hier? Was war denn hier? Let's see. Das ist ja unglaublich. Ja, April Callahan ist auf jeden Fall. Jetzt muss ich jetzt grad schon mehr denken, weil wir jetzt ja hier... Anders ist ja kein Überlebensradgeber, aber genau vor der Nase. Wo ist das nächste Ding? Also, folgender Vorschlag. An einem Pier auf der Westside habe ich einen Rettungsfluss versteckt. Die JTF hat den Hudson noch gesperrt, aber nachts kommen wir an der Blockade vorbei. Es wird aber nicht leicht, obwohl ich ihre Patrouille auswendig kenne. Solltest du mitkommen wollen, musst du dafür bezahlen. Und vergiss nicht, kein Geld, Gold oder andere nutzlose Scheiße. Es muss schon richtig wertvoll sein. Aber ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Das heißt, wenn du wirklich mit willst. Ist das eigentlich diese... äh? Also der Plünderer? Ist das ja irgendwo, oder? Ist das irgendeiner? Der von... der seine Vanessa verloren hatte? Ich hab was, sie brauchen. Sooo... Hahaha. Ist das unter üdisch? Ist das unter üdisch? Ist das unter üdisch? Ist das unter üdisch? Aber nicht weit. Oder? Das ist kacke. Zwei Spieler reden über Verbindungsabbrüche. Ich bin gespannt. Wo warst du plötzlich? Wir wollten anfangen. Meine Mutter dreht durch. Sie hat wieder nach Ausschlag gesucht. Keine Sorge, nach dem Mittag bin ich wieder online. Sie will, dass wir zusammen essen und beten und so einen Scheiß. Blöd für dich. Seit der Ausgangssperre habe ich 24 Level geschafft. Meine Mutter lässt mich nicht mal aus meinem Zimmer raus. Echt geil. Ich bin gleich wieder online. Ich schwöre. Die Schule bleibt nicht ewig dicht, Mann. Du verpasst alles. Die waren aber ein bisschen... Also die Stimme war... Für Schul... Ne... Also sorry. Die haben sich älter angehört als... Äh... Als sie wahrscheinlich sein sollten. Da kann ich wohin laufen, ne? Da rennen wir einfach jetzt mal hin. So. Ich bin jetzt entschieden. Haben wir jetzt gar nicht mitbekommen. War das jetzt eine Belobigung? Ich glaube. Ich hoffe. Seht ihr denn? Verleichtigt von hier. Verleichtigt von hier. Verleichtigt von hier! Verleichtigt von hier! Verleicht. Oh! Oh! Das ist Riker. Ich bin jetzt raus. Sadisten. Aber immer noch die Cleaners... Die gehen immer noch nicht in meine... In meinen Kopf rein. Oh nein! Bin ich falsch abgebogen? Oh ne, da ist die Tür Wie das hier aussieht Vergessen Sie nicht sich mal auszuholen Ja, das sollte ich mal tatsächlich tun Der ist mal voll der Kopfstoß, aber habt ihr den Delay gesehen? Sieh dir das an, versuch so tapfer zu sein Schluss mit den Jammerlappen Schweiß und Idiote Bingo Das Das war's Ich meine, das mit dem Telefon ist aber immer noch Rätsel, ne? So, gucken wir noch mal eins zu sehen Ne So, 24, Telefon haben wir nicht voll, 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 voll Kommen wir So, also, jetzt bleibt dabei Wir sind jetzt erstmal hier fertig mit diesem Spiel Bleibt auf jeden Fall weiterhin dabei Und beobachtet das, was als nächstes kommt Es wird noch halt Division 2 kommen Und es wird auch noch Ark geben Und Conan Exiles Und Freelancer Klassiker wird auch nochmal zu Ende gebracht Everspace Ja, ich weiß nicht, wo da die Reise noch hinführen soll, aber das steht ja auch nochmal auf dem Plan Ja, ne? Und halt alles das, worauf wir einfach nur Bock haben, ne? Also, vielen Dank, dass ihr mich da so unterstützt habt und mich begleitet habt Ich freu' mich auf jeden Fall für das Für das Für das Beim nächsten Projekt darauf, dass ihr wieder dabei seid Ach ja, Star Wars steht ja auch noch mit auf dem Plan Ganz groß auch, muss ich sagen Haben wir das ganz schön schleifen lassen Weil das ist ja eins meiner Hauptprojekte Ähm Aber ich brauchte ein bisschen Abwechslung Ne? Versteht ihr? Ihr seid alles Gamer Wir haben alle ein und das gleiche Hobby Wir lieben Games Vielen Dank fürs Einschalten Und bis bald Bye Bye